Am Montagmorgen erwartet uns zunächst Nebel, bevor im weiteren Tagesverlauf die Sonne herauskommt. Bis in den Abend hinein können wir uns auf neun Sonnenstunden und Tageshöchstwerte von bis zu 28 Grad freuen. In der Nacht bleibt es weiterhin klar bei kühleren 16 Grad. Die kommenden Tage bleiben warm und sommerlich. Am Dienstag gibt es den ganzen Tag lang strahlenden Sonnenschein bei Tageshöchsttemperaturen von bis zu 30 Grad. Auch am Mittwoch werden ähnliche Temperaturen erwartet und ein paar Wolken können am Himmel auftreten. Donnerstags wird es wieder kühler. Es bleibt zwar weiterhin sonnig, aber die Tageshöchstwerte erreichen nur noch 19 Grad.